Sie sind hier, 28. Dezember 2018, 17.32 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Richard Freitag geht ohne gesundheitliche Probleme in die Vierschanzentournee Urheberrecht Getty Images Richard Freitag meldet sich rechtzeitig zum Start der Vierschanzentournee FIT. Nach einem Sturz musste er einige Wochen pausieren. Richard Freitag hat sich vor der 67. Vierschanzentournee als voll einsatzfähig zurückgemeldet. Ich bin soweit, dass ich sage, es kann losgehen. Die Verletzung hat sich gut gelegt mit der Physiotherapie, sagte der Sachse am Freitag in Oberstdorf und kündigte an, von Platz 50 bis vorne rein ist alles möglich, Freitag hatte nach einem Sturz in Nischnitagiel und einer verpatzten Landung zwei Wochen später in Engelberg über Schmerzen in der Hüfte geklagt, die er sich bei der Tournee 2017-18. in Innsbruck legiert hatte. Auf das letzte Weltcup-Springen hatte er daher ebenso verzichtet wie auf das Trainingslager in Lillehammer kurz vor Weihnachten. Ein Tourneeverzicht stand er noch nie im Raum. Das Labrum ist nach wie vor ein bisschen lädiert. An der Muskulatur wurde ein leichtes Hämatum festgestellt. Es hätte also schon sein können, dass es nicht geht. Aber nachgedacht habe ich darüber nicht, sagte Freitag. Ein wenig verspätet reist der Olympiasieger Andreas Wellinger zur Tournee an. Der 23-Jährige klagte am Freitag über eine leichte Erkältung. Sein Start in der Qualifikation am Samstag, Vierschanzentournee, Auftakt in Oberstdorf SA ab 16.30 Uhr im Live-DK ist aber keineswegs gefährdet. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Sticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Wir sind in der nächsten Folge. Wir sind in der nächsten Folge. Wir sind in der nächsten Folge.